wir müssen zurück über uns näher oben ich habe ihn mit den buch er mache ich mache ich mache ich mache ich habe den gefinisht du musst am anfang halt eine waffe kaufen und wenn du stirbst dann sind die credits weg die du dafür ausgegeben was ist der verbot kills und sowas kriegs credit musste jede runde wieder sachen kaufen also 400 meter und 300 meter dann wieder diesen komischen pämmergrip an diese waffe machen und dann muss man da noch irgendwo anders was dazu nehmen vielleicht war auswahl welche attachments du mit in die runde nimmst oder sowas wir haben schon mal überlebt ja dankeschön ich bin richtig arm aus romain mittlerweile ins gesicht man hat da hinten wird sie uns dann auch ordentlich gefetzt ich muss aber irgendwo noch was leben fallen noch nicht um die boys ich muss nachladen gott jetzt waren wir dann die richtung ist noch mal ein drive oder wir gehen halt hier oben sind doppel ich würde man den ranger eben kohlen ich wurde gescannt von jemand und gegnern das sind das sind das sind spieler die die doppel drive haben wir sind markiert das klettern im spiel ist echt du du hast ja mehrere dreist der der ins wort muss überhaupt nehmen ja hier unten sind sie direkt vor mir sind einer post mich hier klaus noch mal einer flankt uns rechts hier ich habe markiert die ziehen nach rechts weg die ziehen nach rechts weg ich sehe nichts aber du kannst sie mit vier markieren also siehst sie weil sie rechts haben unten ist ein sport mit triple drive ja die haben record und ihren mädchen wieder rein aber ein job wo kämpfst du denn da oben ach du snipest ne ok ja das eine scott hat fünf drives dabei was da drüben ja 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 da kommt einer fliegt da hat einen hit das ist ein hundert meter vor uns hier sind wir beide markieren noch nach links fix mitgenommen die ballern hier vor mir direkt haben da und in da und ist aber gut leute ich komme hier hinter nico ich habe die ecke ja sehr schön der hat mich unter die unter die dinge zerschossen ich bin in zwei wieder da ich habe auch ein minus aber ich bin auch gedauert er lebte noch von uns ich lebe noch kannst du über links schieben nico ich bin du liegst da oben auf dem karton container oder was war ich komme da war ich komme oben auf dem container spieler oben ja spieler ist oben auf dem container hat mich auf welchen kannst du redeploy coin kannst du redeploy coin moment ich bin im fight ja kann ich seid ihr beide down also ja 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 alle drei alle drei kommt dann hohen fight ja ich versuche hier ich habe noch den links ja das gute sind fünf wieder da ich bleibe ich bleibe ich bleibe ich bleibe auch steht hier ist der ding car parachute komme ich irgendwie raus ja ich habe zwei drei sie gefunden lag nämlich einer tot am boden hier das zehn meter vor mir dass ich hier direkt bei mir alle wusste alle die liegen hier oben in meiner mit drei stück an 100 meter in die richtung ist noch ein drive nico kommt gerade erst danke nico das war ein geiler fight aber ne ja hier liegt das ich bin auf drei drei ich bin auch auf drei ich bin voll auf drei hier sind noch mal drei stück 500 meter aber das ist ein spieler das sind spieler die haben drei wir haben die erste schon verpasst soja aber die drei bewegen sich nicht echt nicht wenn 500 meter hat man noch mal drei stück ich bin ich wurde gescannt er weiß für drei drives auf die könnte ich ja markieren ja 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 ich bräuchte armor nico wenn du mal droppen kannst kurz lucky pants spieler ich bin schon von hinten mein hund regelt ich habe keine rüstung mehr auf einmal eine das ist nicht ein spieler nico du bist da ganz alleine warum brennt dieses teil er hat aufgegeben also sind alle dauernd spieler hat mich im fahren die er hat mich überfahren nein das ist nicht ein spieler habe ich ein spieler weil er lebt noch was ich habe noch einen aus dem auto raus geschossen ich krieg den anderen nicht aus dem auto raus geschossen ich bin die korte fahrer switch wir sind alle finished nein 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 ich bin ich durch bin ich durch mein crazy kipp ab du bist direkt hier da kann mich direkt platzen hd kriegst du nicht aus dem aus dem aus dem karriere raus ich zieh mich zurück erst mal nico ich bin da und einer war oben auf den containern ganz ganz oben da kommen drei die panzer wegen ja genau wahrscheinlich weil wir so viele drives haben ich denke mal umso mehr dreist man hat umso mehr kann da kommen kann da sein das würde das erklären wir müssen zurück über uns oben 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 ich habe ihn mit der nate krieg den boy ja mach ich mach ich mach ich mach hab den gefinished ich habe ihn mit der nate ich habe ihn mit der nate ab und ab und ab und Ey Leute, wir haben noch drei Minuten, ne? Ja, lass die Karre nehmen und ab geht's, Alter. Nice, 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 nice. Bin drin, bin drin. Ja, der muss fahren. Ja, ich fahr. Wo ist Nico? Kommt. On my way. Wo ist X-Track? Wo ist X-Track? Ich, ich zieh durch, ich zieh durch, ich zieh durch. Mein Ranger ist now. Du, was ein Massager. Alter, wo muss ich nicht mehr lang? Ja, weiß ich auch nicht, oder? Ich kann auf der Karte auch nichts erkennen, ne? Kannst du nicht mal sagen. Ich würde jetzt erstmal hier links fahren. Kann ich mich ein bisschen lotsen? Ja, fahr hier links links links. Ey, hier ist nur 40. Ich fährst ja nicht schneller. Ja. Loll. Kannst du im Auto rechts fahren? Rechts fahren, oder sowas, irgendwo. Okay. Genau da, perfekt. Hier ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ruhig, 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 ruhig. Occupying Forces. Occupying Forces. Nearby. Wer ist am Geschütz? Ich. Agatha. Bist du ready? Bist du ready? Ich bin ready, Allah. Fennsee Shepards. Oh, mir ist schlecht. Shepards. Ich seh nix. Aufteilen, Boys. Leute, wir haben noch einen Ranger. Okay. Holt, was da ist. Holt, von mir ist noch ein ATV, oder sowas, dass wir uns nochmal ein Geschütz haben, oder sowas. Holt, was da ist. Trinkt, was klar ist. Und keine Ahnung was. Kommt ein Auto. Wo? Ja. Ja, hier. Spieler. Not anymore. Haben die Drives gedroppt? Schaut mal, ob die Drives gedroppt haben. Nein, steht nirgends vor. Egal, Ranger regelt, Ranger regelt. Nico, bleib safe. 400 Meter bis Extract kommt. 40 Sekunden. Ticker fluffy Legende. Extract. 30 Sekunden. Extract ist da, rein da. Boah. Boah. Wo ist Kebab? Ohne Kebab. Ohne Kebab. Ohne Kebab. Ohne Kebab. Das chill, chill, chill. Ich hab mal bist du in die Bude gehalten, ja. Achtung, Nate, Leute. Wir sterben alle. Ey, irgendwas geht hier noch kaputt. Ah, lass doch irgendwas kaputt gehen, Alter. Let's go, Boys. Nein, alle vier, was los? Holy fucking Jesus, dude. Hallo YouTube, Alter. Mama Mia, Alter. Eieiei. Das war der Obershit. Einfach alle vier. Boah, ich hab 2.000 und hier? 2.000, ja. Ja. Ah-ans Census. Und dann noch. Achigos.